Wer weint denn da oben? Achso, der lacht nun, alles klar. So, es geht weiter mit dem Fahrzeug, das wir alle kennen, das man eigentlich auch mit dem Namen Feuerwehr verbindet. Kleinen Moment. Das ist das eigentliche Fahrzeug, was jeder kennt. Das ist die modernste Drehleiter der Berliner Feuerwehr zurzeit, eine sogenannte DLK 2312. Erkläre ich Ihnen, die L heißt Drehleiter, K steht...